Ja, hallo und willkommen hier zur 12. Folge Supermessie 1914 auf unserem YouTube-Turnier. Ja, wir haben es Tag nochmal 14 und wir gucken mal wieder zuerst in die Koalitionsrangliste und sehen, wir stehen immer noch bei 13 Provinzen, äh, bei 13 Teams und ein Team ist jetzt kurz vorm Ausschein, hat jetzt 0 Siegpunkte, französisch Westafrika. Ähm, da müssen wir jetzt mal gucken, das müsste genau diese Provinz hier sein. Ja, ich, äh, ich muss sagen, das ist sehr kurios und ich muss sagen, auch die Regie, die wir haben, die gefällt mir gar nicht. Äh, da hätten wir dran denken müssen, dass das dann so endet. Ähm, ja, ist jetzt aber irgendwie so, ich will jetzt die Regie auch nicht ändern, das gehört jetzt nochmal dazu. Ähm, müssen wir jetzt einfach durch. Ansonsten gucken wir mal hier nach Amerika. Wir sehen hier im Norden Ontario jetzt mehr oder weniger die komplette KI ist hier oben eingenommen. Gut, das ist jetzt auch keine große Kunst. Wir sehen auch, dass, ähm, Mexiko jetzt sich hier langsam weiter aufbaut. Auch die, ähm, im Konf-Californischen, die Kalifornische Republik, ähm, das ist natürlich auch logischerweise klar. Wir müssen halt einfach gucken, wie wir das machen. Also, das Problem ist natürlich, dass, ähm, die jetzt hier sehr lange durchhalten und mehr oder weniger dann, äh, jetzt so kurz vor Schluss überrannt werden. Und eventuell dann sogar hier, also ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite würde ich das gerne berücksichtigen. Auf der anderen Seite ist es natürlich fies, das jetzt mittendrin zu ändern. Ähm, vielleicht mache ich mal eine Umfrage. Wenn ich es nicht mache, dann bleibt es so, wie es ist. Ich weiß es nicht. Es ist halt sehr, äh, suboptimal gelaufen und ich verstehe da jeden Frust von allen Spielern, ähm, dass es natürlich nicht so toll ist. Ähm, werden wir uns aber definitiv fürs nächste Event merken, dass da, äh, ja, dass da Bedarf besteht. Ansonsten, ähm, haben wir jetzt hier im Süden einen relativen Putt. Ähm, Kalifornien zieht jetzt hier Truppen nach Norden. Ist klar, die werden jetzt hier benötigt. Hier kommen größere Kontingente auch an Artillerie jetzt vorbei. Die Festungen sind hier nicht so hoch, wie sie sein müssten. Finde ich auch sehr spannend, dass es hier keine Level 4, 5 Festungen gibt. Ähm, auf der gleichen Seite haben wir jetzt auf der anderen Seite hier den Push von Kanada, die jetzt hier natürlich auch reinrennen werden. Auch hier gibt es keine Festungen. Ich finde das sehr erschreckend. Ist hier die Ressourcenlage so schlecht oder was ist hier das Problem? Wenn wir uns das mal angucken, hier ist halt null Festung. Ja, Level 4 Fabriken und und so weiter, aber die haben noch nicht so viel Stahl ausgegeben und haben hier alles in Panzerwagen gesteckt, was sie hatten. Ich meine, ja, Panzerwagen haben sie halt sehr viele, aber, puh. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, hier, äh, keine Festung zu haben. Dazu kommt jetzt hier der Versuch von Bolivien einmal rundherum zu schippern und, äh, hier in der Nähe der Hauptstadt zu landen. Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Das kann sogar funktionieren. Bin ich gespannt, ob es funktioniert. Ähm, die Karibische Inselrepublik ist jetzt hier auch komplett am Zerfallen. Äh, jetzt muss ich mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne, passt. Ähm. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Es wird jetzt auf jeden Fall kritisch. Ähm, gerade karibische Inseln hier, die werden jetzt eingenommen. Die ganzen Kreuzer hier machen natürlich auch ihr Übriges. Die sind natürlich sehr stark. Die haben jetzt hier natürlich den Vorteil, dass sie sich jetzt Richtung Norden ausbreiten können, ohne größere, größere Bedrohung. Ansonsten, Team Aquila ist das Gleiche wie sonst auch. Wir haben jetzt hier in Westafrika den Krieg zwischen zwei, drei Koalitionen hier zeitgleich. Äh, ich muss jetzt mal gucken, das sind die Wolverines. Das sind sie auch. Genau, das sind die. Äh, da müsste der noch dazugehören. Genau, also das ist jetzt eine Koalition. Das hier ist eine zweite Koalition. Und dann haben wir hier unten auch eine Koalition. Also die Koalition, ja, die Koalition hier ist mehr oder weniger raus. Und hier haben wir hier eine. Ah, das wird spannend. Das wird spannend. Wir sehen jetzt hier auch die Kämpfe, die auch prinzipiell eigentlich gut laufen. Also man muss halt wirklich unterm Strich sagen, ähm, die hatten sich jetzt ein bisschen beschwert hier wegen Ungleichgewicht. Ja, verstehe ich. Die Position ist auf jeden Fall nicht optimal. Sie kämpfen seit Beginn an mehreren Fronten. Ich muss aber sagen, dafür machen die das echt gut. Und die sind ja sogar punktetechnisch auf dem ersten Platz. Also man kann ja eigentlich nicht meckern. Also ja, die Position ist nicht optimal, aber die haben wirklich das Beste draus gemacht. Also ich bin da, muss ich sagen, äh, sehr zufrieden. Beziehungsweise wäre da an deren Stelle sehr zufrieden, weil sie haben sehr, sehr gute Chancen weiterzukommen. Ansonsten, ähm, in Asien, das übliche Bild, ja, hat sich noch nicht sehr viel getan. Äh, die Koalition rund um Persien jetzt hier Richtung Norden unterwegs, greift jetzt hier die Koalition rund um Naidu an. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Man muss aber halt wirklich sagen, auch hier wäre dann so ein Punkt, wenn die jetzt rausfliegen. Sie halten jetzt sehr, sehr lange durch, ähm, würden dann quasi rausfliegen gegen Sunne, die hier deutlich kürzer dabei sind. Also, ich muss halt echt, ich, ja, diese Regel ist wirklich, ist wirklich doof. Ich verstehe es, ich verstehe jeden Frust. Ähm, ja, haben wir einfach in der Organisation nicht dran gedacht. Aber damit würde ich sagen, ab auf die zweite Karte. So, und damit sind wir direkt auf der zweiten Karte angekommen. Wir sehen hier immer noch ein sehr starkes Südostasien. Vor allem, wenn wir auf die Koalition gucken, sehen wir hier 30, 35 Provinzen Unterschied. Also, wirklich eine sehr starke Koalition, die jetzt hier natürlich, ähm, höchstwahrscheinlich demnächst bei den Angriff Richtung Norden starten wird. Macht natürlich auch Sinn. Wir haben hier aber sehr hohe Festungen. Bin ich gespannt, ob das von Erfolg gekrönt ist. Wir sehen aber auch sehr, sehr große, äh, Truppenverbände, die jetzt hier natürlich das Ganze, ähm, ausnutzen werden. Die eventuell hier durchbrechen können. Bin ich sehr gespannt. Ich würde aber eher tippen auf Nein, weil hier sind deutlich größere Ein. Also, hier sind relativ gleich große Einheiten. Aber die hier sind in der Verteidigung, in der großen Festung. Also, entweder wird die Festung mit Artillerie zerschossen. Oder ein Durchbruch ist hier mehr oder weniger nicht möglich. Ansonsten, ähm, ja, der Durchbruch jetzt hier Richtung Norden, Richtung Westen, natürlich klar. Auch in Afrika gibt es hier sehr, sehr starke Kämpfe. Die gleiche Koalition wie auf der ersten, äh, wie auf der ersten, äh, Karte ist auch hier sehr gut vertreten, muss man wirklich sagen. Das ist die Koalition, ähm, San-Weng-Galza, Team 16. Ja, auch die sind seit Beginn an in mehrere schwere Kämpfe verwickelt. Äh, aber auch hier wieder, ich muss sagen, dafür, dass die Position wirklich nicht optimal ist, und das, das sehe ich auch so, ähm, haben sie hier eigentlich recht gute Chancen. Und sie haben hier auch Offensivarmeen. Ich verstehe auch nicht, warum sie hier in der Defensive bleiben. Also, sie haben weniger Artillerie, sie haben weniger Truppen, hier kommt jetzt ordentlich Artillerie nach. Ich wäre halt hier in die Offensive gegangen, ohne Scheiß, ich wäre hier in die Offensive gegangen über Nacht oder so. Ähm, aber das müssen sie am Ende selber wissen. Jetzt kommen jetzt hier noch Truppen von Westen nach. Muss halt auch sagen, sie sind halt nicht bedroht aus, äh, aus, äh, Europa. Also, ich würde hier im Fall so gut wie alles abziehen und Richtung, den schicken auch die Armee hier. 128, 1100 Trefferpunkte. Die sind doch überlegen, greift doch an. Warum greifen die nicht an? Hier oben die Armee auch. Die sind doch überlegen, greift doch, geht doch ein bisschen, ein bisschen offensiver vor. Ähm, wo stehen die denn gerade? Team 16, naja, relativ im Mittelfeld. Im Zweifel sucht euch hier irgendwo eine, eine Provinz außerhalb und greift die an. Das ist ja theoretisch auch noch eine Möglichkeit, ne? Also, das ist ja hier nicht, ähm, dass ihr da nicht, keine Chance habt. Also, ihr, ja, die Regellücke gibt's und die ist auch, äh, nicht optimal, aber die kann man ja im Zweifel dann jetzt auch selber für sich ausnutzen. Also, hier so, so mit ein paar Truppen hier, zum Beispiel die Ende Provinzen hier eingenommen, das ist ja jetzt nicht das Problem. Das sind ja keine starken Truppen hier. Ähm, ich würde es prinzipiell so machen. Also, wenn ich weiß, dass ich hier verliere, würde ich gucken, dass ich hier so lange wie möglich halte, um dann mit, keine Ahnung, den Truppen hier, das ist ja nicht, zumindest hier ein, zwei Provinzen mehr zu holen, um dann halt auch möglichst lange durchhalten zu können. Bisschen, bisschen Material ansparen, ähm, um da die Moral auch halten zu können. Eventuell kann man dann sogar eine Hauptstadt bauen oder so. Und dann ist das ja eigentlich auch machbar. Ja, aber, äh, das muss jedes Team selber wissen. So, ansonsten, wie sieht's jetzt hier aus? Ähm, die Koalition aus dem Süden steht jetzt in Nordamerika und die sind jetzt hier am Kämpfen und das ist eine sehr krasse Situation. Ähm, wir sehen hier wirklich große Truppenverbände, die jetzt hier im Norden sind. Ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt hier sich ausgleichen, weil ich würde sogar fast sagen, dass der Süden stärker ist als der Norden. Ist jetzt aber auch so ein bisschen, ja, muss nicht sein, ähm, kann aber sein. Also, ich bin der Meinung, dass es so ist. Ähm, ansonsten, ja, die ziehen jetzt natürlich alles Richtung Süden, ist natürlich logisch, würde ich genauso machen. Ähm, ja, gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, ich würde wahrscheinlich sogar diesen Weg hier nehmen. Äh, erstmal Atlanta mit den Armeen, aber man weiß natürlich, äh, oder sie wissen natürlich nicht, wie das sich hier mit den Armeen verhält oder beziehungsweise wie die aussehen. Von daher, ja, müssen wir einfach mal gucken. So, und damit würde ich sagen, ab auf die dritte Karte. So, und da sind wir mit ein bisschen Verzögerung auf der dritten Karte. Ich hatte gerade noch zwei Folgen mit Skiller aufgenommen, auch von anderen Karten. Die seht ihr dann bestimmt auch demnächst auf unseren Kanälen. Ähm, ja. Ja, wir sind jetzt auch in der Runde von Skiller. Und wie ihr seht, haben sie den Kongo jetzt besiegt. Ähm, Französisch Gabun ist hier. Okay, jetzt muss ich aber mal gucken, das ist doch hier... War das hier nicht Kongo-Gebiet? Französisch Gabun hier Kongo-Gebiet eingenommen? Krass. Ähm, ja, auf jeden Fall haben sie die Provinzen jetzt hier für sich geholt. Ich glaube auch, ja, die Doppelholzprovinzen, also die sehr, sehr wertvollen Provinzen gehören jetzt ihnen. Das ist schon mal eine gute Sache. Sie kämpfen jetzt auch weiterhin hier im Norden gegen die Koalition hier rund um Französisch-Äquatorial-Afrika, die jetzt hier auch, ähm, ja, von, von Marokko angegriffen werden. Ich muss sagen, so gut es für die Koalition auf Karte 1 und 2 läuft, so schlecht läuft es für die Koalition hier auf der Karte. Äh, ja, müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wir werden es sehen. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir können ja auch noch mal kurz auf die Koalition gucken. Wir sehen, es sind hier 12, 13, 14 Provinzen noch da, äh, 14 Teams noch da. Wir sehen aber hier auch die Kobra-Koalition, die ja schon raus ist, äh, die das Turnier verlassen hat. Die ist auch noch dabei, also haben wir schon nur noch 13 Teams da. Dann ist jetzt die Frage, welches Team fällt hier als erstes raus? Ist es Ägypten oder ist es, ähm, Team 3 rund um die Karibischen Inseln? Und die Karibischen Inseln, die sind ja noch die Karibischen Inseln. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, ob es hier einen Angriff geben wird. Äh, Bethlehem sammelt auf jeden Fall hier im Norden Truppen. Äh, müssen wir mal gucken. Ähm, die Koalition ist ja jetzt hier komplett in den Süden vorgerückt. Ähm, steht jetzt hier am Panama-Kanal. Also das war ja gestern, glaube ich, auch schon der Fall. Jetzt stehen sie sich hier gegenüber. Ich bin gespannt, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Also sie haben jetzt hier viel verloren. Der Süden hat aber auch immer noch den Panama-Kanal. Ja, der halt erstmal überwunden werden muss. Und da muss man halt einfach sagen, das wird nicht leicht. Ähm, sie haben jetzt hier unten sehr große Gebiete. Hatten halt das Glück, dass sie hier die Revolte hatten. Jetzt dadurch Äquator, äh, jetzt dadurch, was war es, Argentinien angreifen konnten. Haben jetzt die Truppen halt auch wieder frei. Können die in den Norden schicken. Und haben dann halt jetzt hier wieder ihre volle Armeestärke. Die natürlich bei weitem nicht so groß ist. Aber die halt außerdem noch da ist. Und die Länder sind ja da. Äquator ist groß. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie das hier gewinnen ist, oder beziehungsweise zumindest verteidigen, ist auf jeden Fall noch gegeben. So, in Europa. Da haben, sehen wir, dass sich Finnland und Norwegen, Schweden immer weiter Richtung Europa, Kontinentaleuropa, Inkontinentaleuropa weiterfressen. Ähm, Norwegen steht jetzt hier vor Griechenland. Ich denke mal, dass da auch heute oder morgen der Angriff stattfinden wird. Ähm, bin ich sehr gespannt. Auch hier, ähm, Ungarn jetzt mittlerweile besiegt. Team 13. Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, ist auf jeden Fall noch nicht entschieden, der ganze Fall. Wir haben jetzt hier auch immer noch, äh, die Ukraine, die hier natürlich noch kämpft. Die auch wacker durchhält. Ähm, ja, müssen wir einfach mal gucken. Das Ganze wird jetzt hier auf jeden Fall spannend. Und ich denke, die nächsten Tage... In den nächsten Tagen werden hier nochmal eine ordentliche Anzahl an Teams rausfliegen. Also, ihr wisst, das Ganze ist hier auf jeden Fall noch nicht entschieden. Und, ähm, Halbfinale ist dann ja natürlich nochmal für jedes Team neu die Chance, sich zu etablieren, sich aufzuteilen. Die Landaufteilung ist auch eine komplett andere. Nein, komplett anders jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall ein bisschen überarbeitet. Und, ja, und damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.